Das Gedicht für den Tag Heute eine Eigenkomposition, animiert durch die Plastik der wunderschönen Siegesgöttin Nike, des Bildhauers Karl-Heinz Oswald. Nike Dem Augenblick geboren, mich entfernen, entflammt, rasend dir entfliehen, drehen, tanzen, wirbeln hinauf, zu Monden, zu Sonnen. In verschwimmenden Aionen tauchen, in flirrende Strudel, rot, gelb, violett, tanzen dem Bal mit dir, schönes Salome, verharren in Ekstase. Ich, so alt wie die Zeit, gebannt in dir und den Moment gegossen für die Ewigkeit. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020